Oder so, gell? Sebastian Retz, liebe Zuschauer, und das, was jetzt kommt, das weiß ich von Sebastian, haben wir nämlich vorher drüber gesprochen, ist definitiv sein Musikgeschmack. Sie alle kennen von Brianna Umbrella, na klar. Und die Jungs, die jetzt kommen, die haben sich das Ganze vorgenommen und so ein bisschen, ich sag mal, verrock'n'rollt. Denn Rock'n'Roll, das ist ihr musikalisches Leben. Freuen Sie sich und tanzen Sie mit mit The Bass Balls. Das war's. 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 Das war's.